Hallo liebe Fußballfreunde, 27 Spieltag, mein Tippspiel, Samskag, 8. April, RSFZ-Norgenberg gegen Karlsruhe, Karlsruhe wird gewinnen mit 1 zu 2, Eintracht Braunschweig gegen RSFZ-Kasslautern, Das ist mein Tipp, 2 zu 3, Hamburg SV gegen Hannover 96, Hamburger SV wird gewinnen mit 2 zu 1, Er selbst ist Heidenheim gegen Sapauli, da wird ein Unterschied mit 2 zu 2, Sonntag, 9. April, Arminia Bielefeld gegen Fortuna Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf werde ich tippen mit 0 zu 2, Hansa Roskog gegen Holstein Kiel, da ist mein Tipp, 2 zu 2, Jan Regensburg gegen SFC Magdburg, Jan Regensburg wird gewinnen mit 2 zu 1, Darmstadt gegen Badenborn, da werden ein Unterschied mit 2 zu 2, Sandhausen gegen Kräuterfurt, Das ist mein Tipp, was tippe ich denn überhaupt? Sag ich mal 2 zu 2 ist mein Tipp. Viel Spaß von diesem Video, 20.47 Uhr.